Nach Nepal! Ich will, glaube ich, mal versuchen runterzukippen. Hoffentlich klappt's. Sonst weckst du auf Kirikor wieder. Look at my Golden Bulls. Auch in Zitracht findet sich Gelassenheit. Die Welt braucht uns. Unser Inneres bestimmt über das Gelingen. Und das Versagen. 5, 4, 3, 3, 2, 1, Runde 1. Let's go. Ich habe kein Tank. Cool. Die haben auf jeden Fall einen Tank. Mein Baum. Hat gut geklappt. Lust. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Ja. Ein unbedeutender Rückschlag. Mein Team ist auch nicht auf Zielpunkt aus. Cool. Läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall. Ja. Durchhaltevermögen überwindet jeden Rückschlag. Na, ich probiere jetzt einfach nur mal einen runterkicken zu kriegen. So. Die Runde ist eh hart. Machst du es verloren schon. Achst nicht, Mama. Ichvereinbarung... Tschüss. Dass das Geppcom-Geklappt hat. Dich. Dich. So, als haben sie dich nur tot und schnell. Dann kann ich jetzt ernsthaft spielen. Hallo? Ich spiele dir meine Maus da. Okay, jetzt spielen wir ernsthaft. Na, das klappt nicht. Aber... Ja, Jumper, jetzt schauen wir, wenn die gefehlt. Okay. Sicher ist das eigentlich ein Krieg gestoppt mit Senatas Aufgabe. Ein feindliches Geschütz! Zerstört es! Ja, aber... Ich bin bei dir, Storm. Mir stirbt keiner weg! Hat auf jeden Fall gut funktioniert, nicht? Punktestand? 0 zu 1. Jeder vereinte Striketeam von Overwatch bereitet den Einsatz vor! Hey! Funkdisziplin, bitte! Das ist die Disziplin, für die der Commander bekannt ist! Kennst du auch schon meinen Tritt in deinen Hintern? Kennt ihr? 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2. Nehmen sie den Zielpunkt ein. Dö, 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 dö... Oh, wir haben einen Tank! Ach, Junge! Schön, dass sich keiner um das Scheiß geschützt gemacht hat. Guck mal, ob der Zielpunkt ist der Fakti! Jetzt! Der Frühling schenkt mir neue Kraft! Alle tot! Der Traum ist ein folgliches Gesetz! Es wird mir nie zu scharf! So, was ist nicht verleichter? Du hast ganz schön was eingesteckt, was? Ach so... Da wolfe! Seige rein nicht. Säige rein nicht. Sooo, hier rein hat er erst noch mal ein Schildmast, als Beispiel. Oh, danke Reinhardt. Ach meine Fresse, alter. Hat er jetzt seinen geholt? Oh, hat er das Geschütz geholt. Ach ja, dieses Ding. Selbst mit Leidwundes kann weitergehen. Mir stirbt keiner weg. Wir sind in der Unterzahl. Aua, ich hab einfach nur Sperren mal in den Rücken gekriegt. Ja, Luis, das einfach hat viel zu viele Fähigkeiten. Viel zu viele unterschiedliche Fähigkeiten. Ich bin in der Unterzahl. Ich weiß nicht, dass ein Blumen von maximalen Fähigkeiten erneut. Das ist die Hauptkampf. Ich bin in der Unterzahl. Ich bin in der Unterzahl. Also, ich bin in der Unterzahl. Ich bin in der Unterzahl. Ich bin in der Unterzahl. Und doch, wir haben das Knoten für eine Unterzahl. Alter Schwede, warte das doch nicht. Jetzt haben wir echt noch, wie lange sie Wochen kommen, also ein bisschen ein, das sind sich jetzt aber zwei da. Immer schon ein Schliefchen. Ja. Oh, das war's. Verlängerung. Los Vivian, reiß dich zusammen. Wenn man da vorne ist, dann muss man einen Punkt. Ne. Ja, war kacke. Das war einfach kacke. Ja. 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 So, machen wir dann. Guck mal hier, die Beine, cool, das ist ja eh nicht so. Jau, der ist einfach schon auf dem Zielpunkt, der mit dem Tuch ist, alter. Ja. Warum? Ja. Ach man, oh. Zum Glück habe ich dich noch dran gekommen. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Ich bin am Zielpunkt. Dann waren wir uns noch mal rein, die Sache. Lass dich rein. Alles klar. Oh ja, oh ja. Die Barriere hilft fast am Ende. Dann soll ich noch alles machen, egal wie ich. Aua. Ja. Wir machen es richtig, aber dann ist es falsch. Definitiv ein Erlebnis. Guck mal. Mein Altmen Academic Beat. Angen mit dem Trakt. Nö. Gets. Getschen. Gerne, Gerne. Getschen oder den Garten. So. So Da möchte ich nochmal Leute die mal um den Punkt gehen Ja, nice Mein Team ist einfach Was soll ich dazu machen, was soll ich dazu sagen Meine Fresse Meine Klinge, Zeit für den nächsten Versuch Meine Worte, man darf doch achten Warte, sich der Zünder Wir sind noch, wir sind noch, wir sind noch Wir sind noch, wir sind noch, wir sind noch 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 Punkt, der Stand 0 zu 1 Oh Folgt mir einfach Ich hab schon mehr Einsätze hinter mir, als ich zählen kann Ich bin noch Nein Wir sind noch Das ist Ja Nein 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 Bitte Nein 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 Ich glaube Ich habe nichts verloren Ich habe nichts verloren Hallo, wie ist denn so? Wunderbar für deine Wunden! Geht! Was für ein Kro! Wie sanfte Regen-Prappchen! Geht! Wie sanfte Regen-Prappchen! Geht! so Was ist mit dem Blumenfest? Ach, meine Güte. Oh, das kriegen wir schon auf die Kette. Ja, war überraschend. Oh, wie rum war das jetzt? Ich muss das Ganze wahrscheinlich einnehmen, ne? Oh, was ist denn so nötig? Ja, cool. Wer ist jetzt inaktiv? Genugfest. Genug gespielt. Kommt her! Oh, was ist denn so nötig? Oh, was ist denn so nötig? Prost! Geh auf den Punkt, meine Fresse! Unglaublich! Soll ich unser Genji-Göse noch? Ich suche mir meinen eigenen Vater! Geben wir ihnen, was sie verdienen! Wenn du heute bist, vermiete ich mit dir! Geben sich selbst anzuknicken, kann sehr hilfreich sein! Na endlich mal ein faires 1 gegen 1! 0-0-0-0. Mhm...4...3...2...1...1...0! Wow. Wow. Okay. Ey. Das läuft richtig gut plötzlich. Alter. Ich bin Killer, Kiriko. Okay, wen kämpft ihr da hinten? Da rüben! Okay, die kämpfen gegen einen Blumenfest da hinten. So auch immer. Okay. Okay, heil meine... Alle sind hier ein bisschen kacke. Und dafür brauchst du... Die Fracht setzt sich in Bewegung. Alter. Ich bin einfach die Killer, Kiriko. Ach man. Selber killst du gern mit Kiriko. Er lieb ich mich gern mit voll den Blow-Bubbles. Hab ich das Gefühl. Ich hab Kiriko am meisten hier am meisten Kills. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl. Du hast mir nichts mehr. Ich hab mich zumal mit Ostern. Aber man macht die Jungs. Noch mehr? Eine andere Frage. Ich hab das Gefühl. Ich landen mit Fisch Ich muss auch meine Aufgabe als Ziel ein bisschen erfüllen So So Okay, den Gegner wechseln aber ganz oft Schlag So So Da ist der Besschen, okay, ich wusste nicht wo der ist Ah Okay Puff Hat irgendwie das Gegner hier plötzlich durchgewechselt? Haben es dann so Spieler oder so? Ich hab mir plötzlich geplattern das Wenn man die So So Wo ist der Besschen? So So Dann bleib doch hier stehen, du flaume. Dann bleib doch hier. So. Ja, du machst Sachen, ey. Jetzt ziehst du ein bisschen noch extra schön in uns rein, dass wir uns alle treffen können. Ernsthaft? Ist alle da, Manners? Ne. Okay, cool. Oh, sehr schön. Oh, 24 Kills, 3500 Schaden, 5400, ja. Läuft, ich war ne gute Kiriko, Alter. So. Schon richtig gute. Von dem Anfang. Kann ich meine Streppen sehen? Ich hab 23 Prozent nur die Trefferquote gekürzt. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017